5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Bitte die Hände weg. Wir haben einen Sieger ermitteln können und zwar das ist das Team 1 ganz links außen. Herzlichen Glückwunsch mit 1.273 Punkten. Wie bitte? Moment, vielleicht möchten Sie noch mehr. Ach, Sie sind noch mittendrin. Sie sind noch mittendrin und es sieht gut aus. Nein, knapp aber. Sie haben den Titel verteidigen können. Nach Minute 5 war Ihnen der Titel sicher und Sie haben ihn auch wirklich behalten können. Sehr, sehr knapp. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke an Euch. Toll, dass Ihr so spontan dabei wart auf der Bühne und ich denke, es hat sich... Ja, das ist aber das andere Thema. So, einmal für Euch ein WLAN-Party-Startup-Package spielen. Vielen Dank. Wie findet Ihr das Spiel? Super. Kann man auch betrunken spielen, oder? Ja. Ja, denke ich mir. Vielen, vielen Dank. So, und wer will vielleicht das eine oder andere T-Shirt? Dann muss man leider dazu aufstehen. Ich weiß, es ist für Euch hart. Ihr seid den ganzen Tag schon unterwegs, aber wir haben noch ganz...